Hallo und willkommen zurück bei Vagrant Story. So, ich habe in das Heft geguckt, das ist das Beheft von der CD. Und da steht nichts über diesen Fabrikator drin. Ich habe nicht in das, äh, ins Wissensbuch gucken. Ich will nicht ins Wissensbuch gucken. Äh, ja, genau, so sieht's aus. Wir haben hier jemanden, der möchte unbedingt sterben. Wir haben aber was Faltes dabei. Was ist er denn? Ein Untoter, aber Untote gehen doch jetzt mit mir. Oh. Untot nicht cool? 22 ist Untot. Und so ein Rostnagel. Oh, kein Problem. Rostnagel geht immer. Gibt's erstmal eine richtig schöne Tetanus-Infektion. Oh, doch nicht. Und wird gereicht. Ach. Warum kommt der so auf mich zugerannt? Ich habe Angst vor dem. Es ist ein Problem. Äh, verdammt. Ich müsste so Wasserviecher finden. So, so, Wasser... ...Dinger. So, jetzt kommen wir nämlich zu den anderen. Hm. Ach, ich kann da nur reparieren und kombinieren. Das war ja, äh, das kann ich ja... Genau, das konnte ich in der Faktorei machen. Hm. Stein des Jungs. Hm. Das ist doch einfach nur, damit wir wieder zurückkommen, gell? Ha. Ja gut, wir müssen jetzt einfach mal gucken... Ach nee, erst kommt mal der hier. Ja. So, und jetzt kommen wir nämlich in die Gefilde, wo es nicht so geil ist. Sollen wir da vor mir zaubern? Ach, ich habe das bestimmt nur auf der Waffe gelernt. Welche Waffe war denn das mit der Heilmagie? War das das... Fandango? Fandango? Piercing? Hm. Wasser Null Seelenkus Drache Null Diese Typen, ey Die werden wir dort wohl nicht zum Verhängnis Oh, warte mal Wir können uns doch ein Ding anziehen Wasser Hier, Hedma, wir müssen das Target-Schild nehmen Die sind, ich gehe davon aus, dass die Wasser sind Ich habe keine Ahnung Ähm Quarz Quarz Biermaske Lass mal mal Lass mal auch Oh nein, nicht Ritterwams Quarz Heilige Silberkette Haben wir nichts anderes Sandalis Nee Okay Achso, ich wollte mir doch eigentlich was zu essen reinhauen Okay Oh nee, wisst ihr was, ich glaube Die sind Licht, oh verdammt Die sind Licht, Mist Ich sehe Echsen, ich denke Wasser Ich bin simpel So Licht, minus zwei Na super Okay, trotzdem sind sie viel besser Hm So So, jetzt aber Ich sehe Was ist das? 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 Wie ist das? Was ist das? Das kann auch weg! Gut, das sind eigentlich die, die ich so benutze, gell? Dann haben wir jetzt fertig. Dann würde ich hier gern... Das sind wir... So, Item. Hä, wieso habe ich das alles dabei? Ich habe das doch alles weggelegt. Hä? Ja, ich will was reinlegen. Hineinlegen. Hä? Hineinlegen. 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 Ja. Ah, jetzt funktioniert's. Okay. Äh, nee. Weiter will ich nicht. Ah, verdammt. Kampftechnik. Status. Weiter. Ich raste aus. Was ist das denn hier? Muss ich das echt speichern, wenn ich das machen will? So, jetzt machen wir es nochmal und dann speichern wir mal. Was ist das denn? . Was ist das denn? Aha, das muss man auch reinlegen. Da war es. Bärmaske? Habe ich keine Maske auf? Doch, ich habe die Flügelmaske. End. Ja. Okay. Ja. Den Speichern war eben halt ab, wenn du es unbedingt willst. Ja. Bin hier mal gespannt. So. Wie ist denn worden gespeichert? Gucken wir erstmal schnell. Warte mal, ich wollte mal ganz schnell was gucken. Und zwar... Nicht das. Nein. Das jetzt wollte ich gucken. Warte mal, haben wir jetzt dieses komische Liliending da? Siegel der Lilie. Gut. Das haben wir. Will ich sagen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss. 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 Tschüss.